Könntest du mal filmen? Könntest du meine Freunde? Ufo macht deinen eigenen Film. Diesen satt 16. Oktober soll der rauskommen. Hau mal Ufo, Digga. Wie gesagt, sei der Musik gegönnt, dein Fashion-Ding auch. Wie gesagt, den Klamottenstil kann man drüber reden. Jem das Seidemann. Ein Film? Willst du jetzt irgendwie so Kalaka-Film aufziehen? So, ja, damals war Mode mein Herz. Ich fand schon immer Mode. Ja gut, mach. Aber die Frage ist, wir entwickeln uns ja immer mehr weg vom Rap-Ufo. Du warst immer ein richtiger Rap-Künstler. So, ich bin ein Berliner Zeit. Bis drei ging ja noch. Händis Edo8 konnte man ja auch noch machen. Dieses, äh, ich weiß nicht, wie dieses andere blaue Album. Ich hab's vergessen. Aber dann ging ja noch. Aber dann hast du dich immer weiterentwickelt. Du verlierst immer deine Rap-Fans. Vielleicht, vielleicht kriegst du irgendwelche Kalaka-Fans dazu. Und wirst dann, keine Ahnung, der Fashion-Gott. Oder der Transformers-Gott. Keine Ahnung, Optimus Prime-Style und so. Sei dir auch gegönnt, aber vergiss deine Wurzeln nicht. Okay, meine Freunde. Jetzt fassst du mit einem Film-Boost. Abonnieren, gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.